Lange haben wir Suri Cruise nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Seit der Trennung von Tom Cruise hält Katie Holmes ihre Tochter so gut es geht vom Blitzlichtgewitter fern. Nun endlich sehen wir mal wieder neue Fotos der inzwischen Zwölfjährigen. Suri verbringt einen Tag mit Freundinnen in New York und dabei fällt auf, aus dem kleinen Mädchen von früher ist schon eine richtige Dame geworden. Das Gespür für Mode hat sie auf jeden Fall von ihrer Mama Katie geerbt. Denn zum Mädelstag trägt Suri ein Blümchenkleid und helle Ballerinas. Dazu kombiniert sie eine pinke Jacke und natürlich darf ganz ladylike auch die passende Handtasche nicht fehlen. Sogar dezentes Make-up legt die Zwölfjährige für den Tag mit ihren Freundinnen auf. Ihre Lippen ziert ein roter Lippenstift. Auch das hat sie sich wohl von ihrer schönen Mama abgeguckt. Und selbst die braunen Haare liegen perfekt. Schon jetzt ist klar, Suri wird später mal genauso eine Schönheit wie ihre Mama werden.